Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu meiner ersten Folge auf diesem Kanal von Let's Play Dirty Bomb. Ja, Free-to-Play-Game, noch in der Beta, hier steht noch geschlossene Beta. Ja, wenn ihr die Spiele noch nicht kennt, will ich euch das doch gerne näher bringen. Also es ist ein Shooter, klar. Man hat hier die verschiedenen... Man hat hier so verschiedene Leute am Start, die man sich auswählen kann. Kann man sich in seinen Squad reinmachen. Zieht man dann hier einfach rein, hier, zack. Dann kann man sich schon mal drei verschiedene Leute aussuchen. So, und dann muss man halt noch so eine Ausrüstungskarte wählen. Das sind dann so verschiedene Perks mit verschiedenen Fähigkeiten. Bisher habe ich hier halt nur eine Karte, deswegen kann ich auch nur die eine hier auswählen. Aber man kann natürlich hier zum Beispiel, war das jetzt hier, Booster? Wahrscheinlich hier, genau. Bei den Ausrüstungen hier hat man dann die ganzen Karten. Man kann aber auch, ich habe hier schon eine, man gewinnt. Wenn man jetzt die ganze Zeit am Zocken ist, kriegt man immer hier schöne Kisten dazu. Ich habe jetzt eine dazu bekommen. Können wir direkt mal öffnen hier. So, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir eh mal Schickes. Wäre ganz geil. Komm, komm, komm. Es gibt, es gibt, es gibt, es gibt, oh komm, ich will das Goldene. Gibt es auch schon in verschiedenen Stufen. Wir haben jetzt hier Blei. Blei ist das niedrigste eigentlich. Und jetzt hat man hier so eine Fähigkeit. Können wir mal weiter gucken hier. Dann steht das hier. Nitros. 50% Anstieg für Nitros. Also wenn wir den fetten hier nehmen, wenn wir den Charakter auswählen und diese Karte dann einsetzen, dann kriegen wir diese Fähigkeit auf den Charakter. Genau, so funktioniert das ungefähr mit den Karten hier. Ja, wie gesagt, man kann sich hier die verschiedenen Mercs heißen, die hier. Dann gibt es hier noch drei Stück. Hier ist so eine kleine Uhr drunter, sieht man ja. Die sind dann so in der Rotation drin. Das heißt, die wechseln dann wahrscheinlich, ich schätze mal wöchentlich, wechseln dann diese Champions hier, sag ich mal so. Dann sind das wieder drei andere. Bisher gibt es hier noch nicht ganz so viele, aber reicht eigentlich für den Anfang, ne. Genau, ich habe jetzt erstmal meine Banausen hier ausgesucht. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal hier in ein Spielchen rein. Gibt es auch verschiedene coole Spielmodi, wie ich finde. Gehen wir aber mal, zack, hier Schnellbeitritt. Dann können wir schon aussuchen. Ob wir jetzt, was gibt es denn hier, Wettkampffspiel? Ja. Ah ne, das wollte ich jetzt nicht. Nochmal zurück. Nochmal hier in Schnellbeitritt. So, dann können wir hier Objective oder halt Stopwatch spielen. Verschiedene Modi. Irgendwas gibt es dann noch später. Aber wir machen erstmal das Amtsterste hier, Objective, einfach ab ins Spiel. Gucken wir mal, ob wir da was finden. Passende Server für uns. So, auf dem Map Terminal. Ich trinke nebenbei mein Käffchen. Ich hoffe, euch stört das nicht. Ich brauche jetzt ein bisschen was. Bin ein bisschen kaputt. Lecker, lecker. So. Das Spiel läuft anscheinend schon, wie man es hört. Wir wollen jetzt zum Einsatz. Beginnt in 15 Sekunden. Okay. Ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich bin Rang 4. Sieht man ja oben. Und wir müssen hier halt jetzt, wir sind im Team der Angreifer. Das heißt, wir müssen da jetzt, ja, dementsprechend die Aufgaben erledigen. Zum Beispiel unsere erste Aufgabe, wie oben links jetzt steht, ist, zerstört die Wand. Also, wir müssen C4 platzieren. Und die Wand zerstören. So. Und die anderen, die Verteidiger müssen es natürlich verteidigen. Ist ja ganz klar. So wie der es jetzt gerade, oder die Olle es jetzt gerade hier macht. Und immer wenn man gestorben ist, kann man halt seinen anderen, einer von den drei Champions auswählen. Oder Mercs, so wie sie hier heißen. Kann man halt dann hier auswählen. Immer wieder. War da nicht gerade einer? Ich dachte, ich dachte, ich hätte was gesehen. Scheiße. Mit der Shotgun komme ich natürlich jetzt gerade nicht so weit, ne. Das ist ein bisschen doof. Kleine Nude. Scheiße. Ah, das ist natürlich, muss man gucken, ein bisschen tricky, tricky, ne. Aber bisher, ich habe das ja schon ein bisschen, schon zwei Stunden gespielt. Also, das Spiel macht echt Spaß. Also, wer es mal runterladen kann, äh, wer es auch mal Bock hat zu zocken, kann es sich mal gerne runterladen. Ich werde auch das Spiel unten in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr gerne mal reinschauen. So, wir können jetzt mal einen anderen Charakter nehmen, oder? Komm, nehmen wir einfach mal Frager. Vielleicht passt der ein bisschen besser hier. Zack. Drehen wir einfach aus mit F2. Dementsprechend läuft er natürlich auch ein bisschen langsamer. Weil er eine dickere Waffe am Start hat. Aber ist ja nicht so schlimm. Mit einer dickeren Waffe können wir auch mehr Schaden machen, ne. So, wir müssen mal schauen. Wo sind sie denn? Kleinen Lappen. Ah! Oh, okay. Aber ich bleibe erstmal auf jeden Fall bei diesem Merc. Da ist fetzt auf jeden Fall. Wir sind dabei, den vorderen Spawns da oben, okay. Also man, wie man sieht, kommt man in Wellen wieder, wird man respawnt. In Wellen immer, das ist ganz gut, dass man dann gleich zu, als Trupp so angreifen kann. Das finde ich ganz gut. Mal gucken, dass hier wieder keiner von der Seite kommt. Mal schnell hier rüber haschen. Und wir müssen noch ewig hier durchkommen. Was ist denn hier für ein Shit? Hier können wir nix machen, okay? Wo sind sie denn alle? Shit. Dieser Hund! Ah, kommt da von der Ecke hier. Ah man, ich war schon weit gekommen, ja. Aber wenn man dann schießt, dann zeigt man sich natürlich. Ja? Dann zeigt man sich auf der Karte. Wir müssen hier als Team vorankommen, Leute. Wo seid ihr denn alle hier? Ja, sollen wir den ganzen Weg hier latschen? Ich glaub's nicht. Kommen wir nicht irgendwie hier lang? Ich frage, wo kam das? Ich hör die ganze Zeit hier Geräusche und Schritte, aber ich weiß nicht von wo. Shit. Wo kommt das alles weg? Mann! Ich sollte mal mein Messer rausholen, dann geht's besser. Shit. What? Ach Leute, los jetzt, komm. Angreifen hier. Wir haben... Oh, wir haben's scharf gemacht. Ach, ne. Granate hab ich natürlich auch noch. Gucken. Wir müssen da bloß erstmal wieder hinkommen. Geh' ich nochmal hier lang. Wir haben's auf jeden Fall schon mal scharf gemacht. Das ist ja ganz schön. Die anderen versuchen das natürlich gleich wieder abzumachen. Das ist nicht so gut. Shit. Ja, er hat zwei Granaten hingeworfen. Kack drauf. Kommt, Leute. Wir müssen gewinnen hier. Also es gibt natürlich immer mehrere Sachen. In einer so ne Runde muss man drei Aufgaben erledigen. Ich glaube, wir sind schon bei der letzten. Oh, die Zeit ist gleich vorbei. Wir haben nur noch 30 Sekunden. Werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, so wie's aussieht. Ich hab' grad' keine Granate hier wie am Start. Okay, die haben wir erledigt. Aber es bringt uns leider nichts weiter hier. Weil wir trotzdem verlieren. Ah, schade. Einen wollte ich mir noch wegholen. Ja, haben wir leider nicht geschafft. Verloren, ja. Also wir hätten anscheinend zwei Punkte zerstören müssen. Ja, hier sieht man ja, ist noch alles in Kürze. Ist noch nix, ähm, nix richtig fertig. Also, Spiel ist natürlich schon spielbar. Alles top. Aber ein paar Sachen fehlen natürlich noch. Das ist ja ganz klar. Ist ja, deswegen ist es ja noch in der Beta. Ah, ich würd' sagen, wir hängen einfach noch ne schöne Runde dran hier. Wenn man das mal ganz von vorne sieht. So, jetzt sind wir nämlich auch im Verteidiger-Team. Jetzt sind wir mal auf der anderen Seite. Auf der bösen Seite. Ob's jetzt böse oder gute Seite ist, weiß man ja nicht. Man kennt die Hintergrundgeschichte ja nicht. Was jetzt besser ist. Ach, hier können wir auch ne Map auswählen. Ja, weiß ich nicht. Train Yard hatten wir gerade, ne? Immer was anderes. Nimm ich einfach mal dieses hier. Chapelle oder Kapelle oder wie auch immer. Man verdient natürlich auch immer so ein paar Coins bei jedem Game, sag ich mal, nach jeder Runde. Dann kann man sich auch verschiedene Sachen kaufen. Auch Charaktere, Mercs freischalten. Kann man dann auch. Wenn man das dann möchte. Aber die kosten, glaube ich, 30.000 kostet einer. Oder halt 4 oder 5 Euro. Mal gucken, wenn man das unbedingt möchte, dass man das machen kann. Ja, hier sieht man jetzt die Aufgaben. Verhindert EV. Inbetrieb nochmal, haltet das EV auf. Beschützt das PCO-Gebäude. Genau. So. Also wir müssen jetzt das verhindern. Bleib ruhig, Junge. Friendly Fire ist natürlich auch, auch aus. Also man kann keinen umbringen hier. Kein Freund. Bleib ruhig, Junge. In the heart. So, jetzt nehmen wir mal, ich will jetzt mal diesen Skyhammer nehmen. Zack. Okay. Auf geht's. Stoppt das EV. Also eine Runde besteht natürlich aus zwei Durchgängen. Man spielt einmal als Verteidiger und einmal als Angreifer. Weil man muss ja die, man muss es dann ja vergleichen können. Wer schneller war, ne? Welches Team? Muss man ja so sagen. Boah, die sehen mich hier. Ich glaub's nicht. Das ist natürlich bitter. Vielleicht geh ich mal woanders lang. Ich weiß nicht. Gibt's hier bessere Wege? Wahrscheinlich nicht, ne? Oh. Ist schön gemütlich hier. Vielleicht mal von hinten irgendwie so ein bisschen. Ich hab keine Ahnung. Da müssen wir ja hin. Nicht blöd, Cop. Echt aufpassen. Wo bin ich denn hier jetzt? Ach, hier ist doch auch schon wieder blöd. Haha. Ist jetzt ein bisschen verkantet, ein bisschen verzwickt, aber ist ja gar nicht so verkehrt, ne? Oh, jetzt hab ich da so einen Luftschlag hingeworfen. Da seht ihr mal, was passiert. Jetzt kommst du da richtig geil runter. Oh, von wo denn? Ich warte. Boah, ich werde ja auch vom Laser geplatt gemacht. Mein Gott. Das ist ja echt hart. Bisher haben wir noch nicht so wirklich einen Gegner gesehen, ne? E.V. Scheiße, hier. Oh, wo denn? Da. Guck mal an. Der kleine Banause. Wenn er uns da fertig machen. Oh, Hilfe, Alter. Der Lappen. Heftiger. Meine Güte. Ja, der hat halt noch bessere Waffe, ne? Unser Gegner hier. So, hier haben wir so Muni-Kästen. Brauchen wir jetzt ja nicht, sind ja neu gespawnt. Gucken wir mal, was bringt's, wenn wir hier hochgehen? Gar nichts. Können wir jetzt mal... Oh, er bewegt sich, okay. Also, es geht schon voran. Wir müssen das natürlich aufhalten. Das heißt, wir müssen es immer wieder zerstören, dieses Kackvieh hier. Irgendwie. Wie, weiß ich nicht genau. Das wird ja jetzt scheiße. Das bewegt sich halt die ganze Zeit hier, ne? Wir müssen es halt so ein bisschen verhindern. Ja, den haben wir platt. Oh, da unten ist einer. Den auch noch. Zack. Ah, fast. Jetzt ist er weg. Eevee ausgeschaltet. Wunderbar. So ein bisschen hier aufpassen. Dass die hier nicht so nah rankommen. Oh, oh. Ich glaube, einer kommt jetzt gleich hoch, schätze ich mal. War klar, aber ich glaube, wir haben... Ah, komm schon! Nein! Oh, der hat nur 11%. Verdammt. Hm, das ist natürlich nicht so schön. Also, macht schon Spaß. Wie gesagt, ich spiele es jetzt so seit knapp über zwei Stunden. Und ich hab... Hat mir immer Spaß gemacht. Ich werd's wohl bestimmt noch zwischendurch auch öfter spielen. So, können wir hier lang, oder wat? Eevee? Scheiße. Eevee ist repariert. Das ist halt nicht so gut. Oh, da kommen sie schon. Den haben wir. Ich sollte mal meinen Markierer hier werfen. Oh, scheiße. Wir sind zu weit vorne. Nicht ganz so gut. Versuch ein bisschen, mich hier zu verstecken. So, den haben wir noch. Komm, er lebt noch. Äh, beziehungsweise er liegt noch auf dem Boden. Dann können wir nochmal weiter auf ihn drauf schießen, damit er ganz stirbt. Bisschen gemein, aber so ist das Spiel. Oh, hab ich keine Muni mehr? Muss ich wieder Muni hier werfen? Zack. So, für mich selber. Oh, oh, jetzt kommen sie aber. Jetzt kommen sie hier. Ich muss hier ein bisschen aufpassen, dass die sich hier nicht dauernd reparieren, die Lappen. Dreifach-Kill läuft. Kommt schon, Luftschlag-Markierer hier. Kinder, zack. Nochmal Luftschlag einsetzen, damit das Teil wieder schön kaputt geht. Perfekt. Das ist gerade eine ganz nette Stelle hier, muss man schon sagen. Kommt er jetzt runter? Scheiße. Nicht so gut. Wo ist er? Nein, er hat mich. Scheiße. Das war jetzt schon eine geile Stelle da. Ja, konnte man schon ein paar wegmachen. Das war schon nicht schlecht. Jetzt kommt man schon ein paar saftige Punkte. So schnell wieder hin. Wir müssen es ja immer noch verhindern. Das geht ja mal weiter hier. Oh, wo bin ich denn schon wieder? Scheiße. Falsche Ecke hier. Komme ich denn da jetzt schnellstmöglich hin? EV schon wieder repariert? No, nicht gut. Shit. Nicht gut. Schnell zerstören, das scheiß Vieh. Komm schon. Rauf da. Jawohl. Scheiße. Komm, zerstört die Kacke, Leute. Oh, was ist jetzt? Verbindungsfehler. Verdammt. Aufpassen. Da hinten laufen sie alle. Die kleinen Banausen. Wo sind sie denn? Das macht... Ihr seht's ja selber, Leute. Also ich kann grad... Bin grad ein bisschen konzentriert, also... Ihr seht's ja, es fetzt, ne? Kann auch ein bisschen in die Ferne schießen mit dem Skyhammer-Gewehr hier. Kommen sie. Shit. Kleiner Drecklappen. Mann, ich kann grad gar nicht... Oh oh. Wird der angegriffen da? Ich kann grad gar nicht so viel reden. Oh oh. Weg hier. Shit, ich brauch Bullets. Komm schon. Lad auf. Nein! Ich will euch den grad aufhelfen. Ich wollt euch das mal zeigen mit aufhelfen. Oh shit, Leute. Hoioioi. Na, hier geht's schon wieder richtig rund. Hat irgendjemand so ein Laser eingesetzt? Orbitallaser. Oh oh. Nicht gut. Scheiße, die haben's jetzt gleich geschafft. Ja. Sie haben's glaub ich geschafft, oder? Nein. Oh, ich wurde geheilt. Ich hab gedacht, was jetzt los? Ach, das... EV ist nochmal stehen geblieben, aber sie haben's gleich repariert wieder. 15 Kills. Wuhu. Läuft. So, die Freakos müssen's... Oh oh, nicht gut. Die müssen's glaub ich tatsächlich nochmal reparieren. Das kleine Stückchen. Das kleine Stückchen. Weil die Zeit läuft natürlich, ne? Eine Minute könnten wir's noch schaffen, das aufzuhalten. Das wäre gut, ne? Ich dachte, da wär jemand um Ecke gekommen. Läuft doch bei uns. Kommt, Leute, wir schaffen das. Wir müssen das hier bloß aufhalten. Noch die paar Sekunden. Die müssen nur einmal ganz kurz rantippen, dann ist es schon repariert. Das ist das Problem. Oh oh. Vielleicht werbe ich da einfach nochmal so ein Teil ran. Wäre doch nicht verkehrt. Ja. Noch mehr kaputt gemacht haben wir's jetzt nicht. Nein. Scheiße. Die kommen. Sie kommen. Nein. Scheiße. Leute, ihr müsst das aufhalten. Nur noch ein paar Sekunden. 20 Sekunden nur noch, Leute. Haltet das bloß auf. Ja, ist es noch, oder? Ja, ist es noch mehr kaputt gegangen. Also geht schon. Ja, wir schaffen's. Wir schaffen es. Jawohl, wir haben's gewonnen. Direkt im ersten Versuch alles direkt aufgehalten. Aber ganz, ganz knapp. Geil. Das gibt doch schöne Punkte. Ja, kriegt man gleich 444 Credits hier. Oh, wir haben dicke Kills gemacht. Wie ist denn die Übersicht? Was habe ich denn gemacht an Punkte? Achso, das geht hier nicht nach... Oder doch, steht da. KD. Also KT. 17, 8. Ja, ist doch geil. Na gut, Leute. Ich würde sagen, das war's schon mit dieser Folge. Gut, ist jetzt schon ein bisschen lang geworden. Schon über 20 Minuten. Aber so für die erste Folge finde ich das Ganze in Ordnung. Wenn ihr mehr sehen wollt, hier auf meinem Free2Play-Kanal, dann dürft ihr gerne abonnieren. Würde mich wirklich super freuen. Daumen hoch wäre auch geil. Und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge hier bei Dirty Bomb. Also haut rein. Ciao.